moin moin zusammen und willkommen zu einem neuen video ja denkt jetzt bestimmt nein machst nicht kein zweites aquarium nein nein das steht zum verkauf es geht um dieses gute stück das ist der grund warum ich dieses video mache mal ein kleines update auch im großen und ganzen ich habe mir korallen gekauft aber nicht viele und dachte mir das zeige ich euch community chorale dort habe ich zugeschlagen habe ich jetzt schon öfter gemacht ich habe hier einmal das ist zweimal das gleiche es ist nichts wildes wirklich nichts spektakuläres ich habe einfach zwei wirklich große ableger gekauft röhren korallen das zweite päckchen was ich da gerade raus holt das hat ungefähr 90 köpfe also ich hab mir einfach gedacht ich brauche korallen die eine große fläche abbilden denn in der theorie oder zumindest in meinem wunsch heißt es für mich da wo korallen sind können keine algen wachsen das war der hintergedanke wenn ich diese beiden platten mit den röhren korallen da drauf auf meine riff keramik stelle dann habe ich verbraucher und eben auch eine zone wo eben nicht so viele algen wachsen können das sind zusammen jetzt ungefähr 120 130 köpfe warum röhren korallen sind ziemlich einfach zu pflegen und ich habe da tatsächlich auch schon welche im aquarium und das sind eine der wenigen korallen die wirklich unbeschwert auch sich weiter vermehren also wachsen und immer größer werden immer mehr köpfe kommt zum vorschein ich mag röhren korallen sind ziemlich einfach verzeihen viele fehler genau und deswegen habe ich die gekauft habt ihr dann oben auf die riff keramik platziert denn das sehen wir nachher noch mal ich habe da wirklich die meisten algen ja ich glaube jeder von euch hat das problem gerade draußen wird es unbeschreiblich heiß der sommer kommt auch mein becken steigt temperaturmäßig extrem in die höhe und ja ich habe jetzt hier nach stiftung warentest mein zimmerventilator den ich damals von lidl gekauft habe jetzt aufs becken gepackt und das ist wahnsinn wie schnell der dieses becken abkühlt mega gut funktioniert einwandfrei bevor die leute jetzt los schreien wie doof kann man sein das ding im aquarium und dann hast du aber ein problem das alles tüft genehmigt hier der standfuß des ventilators ist so rund und groß dass er nicht reinfallen kann und links hängt der ventilator drüber also da muss schon ziemlich viel schief gehen dass das ding irgendwie im becken landet geht aber eigentlich gar nicht denn der platz ist einfach nicht groß genug dann habe ich meine strömungspumpe ganz weit nach oben angebracht man sieht das da bildet sich dann so ein kleiner wassersturm und dann eben ganz ganz viele luftbläschen ich brauche nämlich sauerstoff denn ich habe oder ich dosiere momentan special blend ganz viel einfach für eine gute bakterienkultur und ich habe keinen bock auf eine bakterienblüte und deswegen eben viel sauerstoff meine euphilia sieht ganz gut wieder aus aber ihr seht schon ein kopf hat tatsächlich gelitten und den kriegt man dann auch nicht mehr aufgepäppelt da kann man machen was man will ist unfassbar sobald dieses rippengestänge also eben der der kopf sozusagen eingegangen ist kriegst du den nicht mehr wieder auf vordermann die mini anemone sind wirklich so geil so einfach vermehren sich auch wandern auch kaum der nemo freut sich wirklich mega darüber und ich bin auch richtig froh die mini anemone den geht es richtig gut und die sehen auch immer top aus richtig schön ja ist ein zuhause für einen von den nemos der andere wird irgendwie nicht mehr akzeptiert das video hatte ich ja letztes mal schon gemacht die streiten sich mega nervig schön zu antus stein hatte ich ja damals gemacht da kann ich auch noch was schönes zu berichten man ihr merkt ich habe viel erlebt auch wenn ich wenig gepostet habe weil ich mir es einfach auch vorgenommen habe ein bisschen zu lernen und nicht so viel zu posten und so ich hatte nährstoffmangel die zu antus haben sich sofort aufgelöst das war wirklich wahnsinn also zu antus mögen es dreckiger und ich hatte keine algen glasklares wasser und man hat einfach gemerkt die korallen stehen aber überhaupt nicht gut weil ich einfach null nährstoffe 0 nitrat 0 phosphat also das war so sauber das wasser und da haben sich die zu antus wirklich aufgelöst da musste ich dann ein bisschen gegen steuern und habe das wasser indirekt dreckig gemacht sozusagen ihr wisst wie ich es meine ich habe mulm abgesaugt den bodengrund aufgewirbelt ich habe zu dosiert mit so einem nährstoff ding was ich von tropic marine habe und ja wenig später kam dann auch gleichzeitig wieder von einem auf anderen tag algen dazu das ist auch echt krass die ich hatte glasklares wasser steine null befallen von algen und und dann habe ich da ein bisschen darum gerüttelt weil ich gemerkt habe okay die korallen stehen nicht gut der haben stehen dementsprechend halt nährstoff mangel aber mit der erhöhung und Prozent kam auch direkt die algen und jetzt ist es im rat im rahmen die alten kamen ziemlich doll sind jetzt wieder ein bisschen auf dem rückmarsch deswegen bin ich noch happy aber die rift keramik in der mitte und links die sind schon ziemlich befallen von algen so ein bisschen das problem was ich damals schon hatte mit dem anderen rift gestein aber noch nicht so schlimm wie damals und eben auf dem rückmarsch von daher bin ich optimistisch ja also ich lerne fleißig dazu hier noch mal ein schöner blick von den neuen korallen die stehen jetzt da oben drauf man sieht aber eben auch die algen auf dieser rift keramik ganz oben drauf gerade da wo das gelbe weiße licht viel drauf scheint gerade da wachsen die algen dann relativ prächtig jetzt könnte man das natürlich ausmachen aber naja ich weiß nicht nur blaues licht ist halt auch nicht schön also licht bleibt auch weiter in der thematik aber die röhen korallen stehen wie eine 1 ich finde sie super schön und ich hoffe die vermehren sich einfach rapide und überwachsen so ein bisschen die rift keramik und ja das mal so ein kleines reef update also ich bin eigentlich zufrieden ich habe schon fast wieder die kretze bekommen als ich gemerkt hatte dass die algen wieder kommen war wirklich am boden zerstört als korallen nicht so gut standen aber dadurch dass das wasser wieder mit nährstoffen versorgt ist und auch ja wirklich die korallen wieder besser stehen bin ich optimistisch dass es weitergehen kann auch die algen halten sich noch im zaum oder im raum wie auch immer und ja sind da werden ein bisschen weniger also ja ich bin optimistisch euphilia wie gesagt ein kopf verloren der kommt auch nicht mehr wieder keine chance und zu anders habe ich tatsächlich auch ein paar verloren und mit sps brauche ich eigentlich gar nicht anfangen lps und sps generell ist überhaupt noch nicht meine liga ich hatte ein paar davon im becken die stehen mehr oder weniger so halb noch da aber ja wirklich nicht doll von daher ich lerne dazu es kommt momentan weniger das ist der sommer und 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 aber hier mal ein kleines reef update ich hoffe euch geht's gut und danke fürs zuschauen